Willst du kreativ arbeiten, eigene Ideen einbringen, dann komm zu uns. Deine Ausbilder Jürgen Gerhards und Jörg Löffler und werde Maler und Lackierer oder Fachprachtiker für Maler und Lackierer. Wir bilden dich aus, bei uns ist immer Bewegung und was los. Wir arbeiten in der Werkstatt und auf verschiedenen Baustellen bei unseren Kunden. Dabei wird es nicht langweilig. Ein Maler tapeziert, lackiert, streicht Häuser innen und außen. Wir verlegen Böden, arbeiten bei Großobjekten und bei Privatleuten. Wir sind mobil und kommen rum. Unterschiedliche Materialien sorgen für viele Möglichkeiten und kreative Ergebnisse. Als Maler siehst du, was du gemacht hast und der Kunde dankt es dir. Die Ausbildung dauert drei Jahre, wenn du Lust auf einen spannenden Beruf hast, über eine ruhige Hand verfügst und ein Auge für Farben und Farbgestaltung hast. Da bist du genau unsere Frau bzw. unser Mann. Komm ins Maler Team und bringe Farbe ins Leben. Wir sehen, dass wir zusammen mit der ganzen Auge von ein Auge für Farbe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.